So, hallo meine Freunde, willkommen zur sechsten Podcast-Folge von Salukin und mir. Aktuell ist Charly erstmal nicht mehr dabei, weil er momentan akut die Metin-2-Lust verloren hat. Aber ich glaube, das kennt jeder von uns. Also wer das noch nicht hatte, der ist glaube ich kein wahrer Metin-2-Spieler. Ja, Salukin ist jetzt wieder natürlich am Start. Ich bin auch wieder da. Und wir reden jetzt darüber, warum wir Metin-2-Spielen, was uns Lust daran oder warum wir Lust an dem Spiel haben oder warum wir auch manchmal einfach gar keinen Bock haben. Und da würde ich einfach sagen, also erstmal begrüße ich Salukin, erstmal hi. Hallo. Alles gut bei dir? Ja, es ist so ein bisschen warm hier, aber ich bin gespannt. Das ist ein gutes Thema. Da können wahrscheinlich viele sich mit identifizieren. Das glaube ich auch. Aber sag mal, Salukin, was, was, wie ist momentan deine Stimmung in Metin-2? Ähm, sehr, wie drücke ich das aus, sehr begrenzt am Spielen oder sehr begrenzter Spielspaß. Warum? Ähm, ja, es ist einfach gerade irgendwie nicht so lukrativ irgendwie, Johara vom Gefühl her da zu farmen, was ich alles gefarmt habe. Mein Nachtedit, die Steinen der Dämonen, ähm, also die Machtsteine. Ähm, ja, was habe ich da noch? Auch die Muscheln. Ich meine, innerhalb von, wo ich angefangen habe, die Sachen zu farmen, vor irgendwie vier, fünf, sechs Wochen bis jetzt, ist eigentlich alles, was ich gefarmt habe, im 200er Stack irgendwie zehn Wochen runtergegangen. Und, äh, teilweise gehen jetzt auch seit vier Wochen oder so, sind, glaube ich, nur zwei Sachen aus dem Shop weggegangen. Ja, und dann das halt, was ich ja schon öfter angesprochen habe, dieses dazu noch, dieses, äh, alleine irgendwie spielen, farmen, wie auch immer, kommt noch dazu, weil es dann halt echt, ähm... Ich dachte, ich dachte, du hast jetzt jemanden im Blauen, der mit dir farmt. Äh, nee, der, ähm, harte Kerl ist noch nicht rübergewechselt. Ja, der, der wird auch nicht rübergewechselt. Ich habe letztens überlegt, ähm, wegen, wegen Blaues Reich wechseln, weil ich ja dachte, okay, ich habe ja noch eine Gilde im Blauen. Und das ist ja aber die Celestial-Gilde, die ich ja an, äh, Cyor damals verkauft habe für 40 Won oder so. Und da hieß ja, ähm, krieg, äh, ich muss mich nur melden, dann kriege ich es ja wieder zu, die Rücknahmeoption hat er mir ja gegeben. Und, ähm, er schreibt mir ja nicht zurück. Und jetzt habe ich ja keine, jetzt habe ich, jetzt fehlt mir so gesehen diese vierte Gilde und jetzt habe ich ja die eine 21er-Gilde im Gelben und die zwei im Blauen. Und wenn ich jetzt mit meinem typischen Andy rübergehe, dann habe ich einfach gar keine Gilde mehr. Und ja, klar, es soll jetzt nicht der Hauptgrund sein, aber es nervt mich halt, also es hält mich trotzdem in gewisser Weise ab. Und, ja, trotzdem habe ich ja Leute im Gelben, mit denen ich ja was machen könnte, aber es fehlt halt einfach die Zeit. Also, was heißt die Zeit? Also, manchmal auch die Zeit, weil, wenn, da kann ich halt genauso im Blauen sein, aber wenn dann im, wenn ich dann auch nicht so viel Zeit habe, dann bringt es mir halt auch nichts. Ähm, ist es denn eher bei dir die Zeit, weil du wolltest, hat sich eher so angehört, als ob du was anderes sagen wolltest, als nur die Zeit, weil dir auch vielleicht die Lust gerade fehlt oder so, oder weil du jetzt gescampt wurdest mit der Gilde oder so? Na, aber, äh, na, aber, na, was heißt Zeit? Aber ich habe ja noch andere Sachen. Also, ich gehe auch meine viermal in der Woche ins Fitness. Ich arbeite ja auch ganz normal wie jeder normale Mensch so. Ähm, ich mache meine Videos nebenbei. Wir machen halt den Podcast noch dazu. Ähm, und eigentlich tatsächlich so richtig zocken tue ich auch nur, wenn ich, und dann streame ich auch sogar nebenbei. Und das sind auch die Phasen, wo ich so wirklich aktiv zocke. Sonst bin ich eigentlich gar nicht so krass dabei. Momentan spende ich, und spenden tue ich ja auch noch täglich, um die Stunde, zehn Minuten oder sowas. Plus die Cores, die noch dazukommen. Und das ist halt eben momentan, bleibt das alles so ein bisschen auf der Strecke. Klar, ist jetzt irgendwie auch nicht so der Sinn davon. Ähm, aber wenn halt momentan manche Sachen halt ein bisschen mehr Zeit einnehmen, dann ist das halt so. Klar, wenn jetzt, äh, Leute auch im Gelben, ähm, da sind, mit denen ich auch gut fahren kann, dann nehme ich mir auch mal ein bisschen mehr die Zeit dafür. Also, das war ja auch damals mit, puh, Meisterball und Doloka, habe ich ja auch dann Schlangenrun gemacht. Wir haben zwar nur zwei Stück gemacht, aber es hat halt trotzdem Spaß gemacht, ne. Das war halt dann, da hast du mal auch wieder richtig dieses Gefühl gehabt von, oh, jetzt macht mal das Spiel an sich auch wieder ein bisschen Spaß. Und nicht, dass ich, ähm, meine Autojagd mache und dann, keine Ahnung, im Seelenklamm Autohunt mit Aufhebepad, äh, meine zehn Won oder so in ein, zwei Stunden mache. Also, klar, gibt Geld, aber macht mir halt, ich weiß nicht, ich fühle das nicht. Also, alles auf Autojagd und so. Also, ein bisschen wie bei mir gerade oder was? Ja, also, momentan, also, was mich momentan ein bisschen stört, ist, ich hab, weißt, ich hab ein Exelring und alles drum und dran. Ich hab mein Alastor-Pad, ich hab ein gutes Nessi und so weiter. Ähm, und trotzdem, ähm, trotzdem reise ich halt auf Joharas und nicht wirklich was, ne. Also, alleine, was soll ich jetzt alleine fahren? Gut, es gibt die Schlangen-Map, da, die, da tu ich mich aber halt sehr schwer. Gut, vielleicht zum einen, weil mir die BMO-Nix fehlt. Ich bin Körperkrieger. Gut, es gibt auch Leute, die sind Körperkrieger und schaffen es auch, aber davon gibt's jetzt auch nicht so brutal viele, glaube ich. Ähm, diese DBO-Nix sind halt kacke. Jetzt weiß ich halt, ich muss mir wieder einen neuen Onix kaufen. Ich kann halt auf Johara nur in der Gruppe halt was machen, was ja an sich in Ordnung ist, aber du musst halt dann auch wieder die Leute dafür finden. Ähm, eigentlich, jetzt hab ich ja dann zum, was heißt Zeitvertreib, hab ich ja meine Chars noch gemacht, also den Sura und den Ninja, bei denen ich die Alastor-Quest weitergemacht hab. Da fehlt nur noch, dass ich den Alastor killen muss, dann sind die beiden mit der Quest auch fertig. Das heißt dann, ich hätte vier Chars für den Alastor, mein typisch Andy, Shami, also die Shami noch und den Ninja plus den Sura. Dann hab ich ja letztens mal ein bisschen so Low-Level gemacht, weil ich mir dachte, oh, ich kann mal ein bisschen Nostalgie machen, so, so ein bisschen im DT-Farm. Das war aber super scheiße langweilig einfach. Also hab ich, das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Ja. Ich war auch schon am überlegen, hatte ich dir, glaub ich, auch geschrieben, ne, dass ich überlegt hab, einfach vielleicht auch Tigergus einfach mal neu anzufangen, um zu schauen, ob ich vielleicht da irgendwie ein bisschen Spielspaß wieder finde oder so. Ja. Ich hab auch jetzt, ich weiß nicht, glaub 700 Won oder sonst was rumliegen, aber ich weiß halt auch nicht, was ich tun soll, das ist irgendwie langweilig gerade so. Ja, ich mein, ich glaub, also, wo mir, also bei dem, also sag ich mal so, Mädchen macht mir immer viel Spaß, wenn ich weiß, was ich will. Also zum Beispiel, ich weiß wie damals, okay, ich will meinen Rasserdorf 105 leveln, ich mach mein Geld mit den Verzauberungen, mit Level-Dienst und so weiter, ähm, kann dadurch die ganzen Waffen kaufen, um da mein Pad hochzuziehen. Das war so zum Beispiel die eine Mission, oder zum Beispiel, ähm, ich sammle so viel Geld, bis ich mir den einen Onyx leisten kann. Das macht dann irgendwie schon Spaß, weil du weißt, worauf du hinarbeitest. Ja. Aber wenn du mal wirklich so ziellos bist, dann macht das, also dann, dann, dann verlierst du so viel Spielspaß, also bei, das war jetzt zumindest bei mir so. Jetzt weiß ich halt, okay, ich hab jetzt momentan noch die HTK, wo ich noch 100 Won Schulden hab, die muss ich noch abzahlen. Ähm, dann weiß ich halt, dass ich meine Charme noch weiter aufrüsten will mit Alchi, damit die mehr Int und so weiter. Also, ich hab schon Ziele und ich hab auch, ich hab schon Lust und es macht mir auch Spaß, aber es ist halt, weiß ich nicht, so, äh, irgendwie willst du ja, also ich glaub, ich hätte wahrscheinlich mehr Spaß, wenn ich wüsste, okay, ich hab jetzt noch so meine drei, vier Kollegen und wir machen jetzt mal hier zum Beispiel, äh, Schlangrun, wir machen jetzt hier Alastor, wir machen, wir sammeln uns alle und machen, äh, was weiß ich, diesen, diesen neuen Dungeon. Ich glaub, das ist schon alles cool und wir haben, ich hab ja letztens auch diesen neuen Dungeon gemacht und der macht auch Spaß, also wenn dann auch so alle Leute zusammenhelfen müssen, das ist schon eine coole Sache, also da war ich schon, hab mich schon gepackt. Aber das ist halt, du brauchst halt die Leute auch einfach dafür, das muss man halt auch wissen und ich, ich glaub, wie gesagt, als ich den Schlangrun mit den Kollegen da gemacht hab, das hat ja auch, das hat ja mega viel Spaß gemacht, war ja echt cool. Aber wenn du jetzt halt weißt, okay, jetzt machst du so, also jetzt könnte ich wahrscheinlich wieder nur so Melle Hydra fahren, so für mich, ist eben ja auch total demotiviert, weil du wüsst, du weißt so, Alter, ich arbeite hier voll auf Johara hin und klar, in der Gruppe packe ich dann relativ viel, aber du brauchst halt auch so viele Push dafür, die ganzen Kostüme, du höchstwahrscheinlich den Pushring und alles und mir dann auch irgendwann mal denkt, boah, ich hab aber irgendwie auch keine Lust, irgendwie auf 5000 Sachen zu achten, die jetzt nicht, die, die ablaufen, Ich hab heute zum Beispiel, ich hab mein Kostüm gehabt mit 15 Wind, 15 Blitz, 10 TPA, das wollte ich gestern verlängern, hat noch 23 Stunden gehabt, hab mir Boni-Transfer gekauft, hat mir ein neues 7-Tage-Kostüm geholt und ich dachte, ich weiß nicht, ich hab dann irgendwie, irgendwas ist mir wohl dazwischen gekommen, ich dachte, ich hab das Kostüm verlängert, dann war ich dann heute, dann war ich auf, ähm, hab ich heute mein, 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 mein eines Let's Play gemacht, hab mein Thumbnail dazu noch gemacht, Dann wollte ich halt noch, mein, dachte ich mir so, hä, ich hab mein Kostüm gar nicht an, dann guck ich auf mein Kostüm und seh nur ein Boni drauf und ich so, hä? Oh Gott, das, was du gekauft hast, hattest du dann an? Äh, ja, nee, ich hab dann das Problem, das Problem war dann, dass ich, ähm, ich hab's gar nicht verlängert, der Transfer war auch noch da. Ja, mein ich, ja. Ja, ich hab's einfach gar nicht verlängert gehabt, dann dachte ich so, dann hab ich geguckt, ich so, fuck, das Kostüm ist weg, das war das einzige Kostüm, worauf ich achten hätte müssen. Ja, das war jetzt auch weg. Dann dachte ich so, boah, scheiße. Auf der anderen Seite dachte ich mir so, ja, gut, dann muss ich jetzt, äh, ehrlich gesagt, aber auch nicht mehr dran denken. Und das ist halt irgendwie auch blöd, wenn du halt weißt, okay, du musst halt für, für, also klar, ich find's auch okay, wenn man ein bisschen Push braucht und so, aber du musst auf 5000 Sachen achten und das geht mir immer so auf den Sack. Weiß ich nicht, das ist momentan irgendwie so ein bisschen, ja. Ja, also ich mach so mein Zeug, ich spende und alles, aber momentan ist so, alle gehen halt, klar, alle gehen ins Blaue, weil mehr, mehr Drop, kann ich voll und ganz verstehen. Aber dann sind auch voll viele Leute, die sind dann auf dem Gelben, die dann da sind und ist halt irgendwie, ja, ist mir ein bisschen schwierig auch dann an den und dem heranzukommen. Dann, der hat halt keine Zeit, der kann mal auch nicht, dann kann ich ja auch natürlich oftmals nicht, bin auch selten dann da. Und ich find das ja, du kennst das ja auch, wenn du im Stream bist und du weißt, was du machst, also wenn du weißt, okay, ich farm jetzt meine, äh, meine Schlangenmap da durch mit den Kappers und den Steinen, hast du ja irgendwo auch Spaß daran. Aber du weißt, du kennst ja auch meine Streams, wenn ich dann die ganze Zeit irgendwo auf dem Bazar rumgammel. Weil, hey, das macht keinen Spaß, es macht, ja, aber weißt du, das machst du eine halbe Stunde, aber wenn du noch so zwei Stunden da rumtingelst, dann denkst du dir auch noch so, Alter, ich kann die Zeit jetzt echt noch mehr verschwinden, also, aber du wolltest was sagen. Ich wollte mal eine dumme Frage oder dumme Theorie in den Raum werfen. Meinst du, das würde was bringen? Weil viele, also ich meine, so wie bei uns jetzt, ich sag mal, viele Kollegen sind dann immer in verschiedenen Reichen. Ich sag mal, sei es Doppeldrop oder wegen diesem hier Schach der Schreine oder was auch immer. Wird das vielleicht Sinn ergeben, wenn man solche Runs wie Schlangenrun etc. einfach mit anderen Leuten aus anderen Reichen machen könnte? Dass man da dann irgendwie sowas, ich weiß nicht, macht oder programmiert oder so, dass man diesen nur für den Run, also wenn man in dieses Dungeon reinkommt, halt quasi sozusagen als ein Reich zählt. Ja, ja, ist witzig, habe ich nämlich auch gerade so dran gedacht, wäre doch mal cool, wenn wir einfach alle Reiche mal weghauen würden. Ja. Ja, ich meine, ich glaube, das einzige Problem ist halt, dass halt, gut, man kann jetzt sagen, es sind zum einen vielleicht zu wenig Spieler da. Ähm, ich meine, du musst halt, ich meine, warte, lass mich mal kurz überlegen. Ich meine, es gibt ja, es gibt ja eigentlich schon Spieler. Du musst halt dann auch nur finden, das war auch wie letztens im Stream, da habe ich dann auf der Donga-Ebene, dann war dieses Metin-Fieber-Event und so weiter und dann waren noch fünf andere Gelbe da, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Die waren auch schon Champions-Level 1 bis 10 oder so. Wo ich auch meine, wir können mal zusammen Schlangen-Run machen und so weiter. Ich meine, die Leute gibt es irgendwie schon, aber auf der anderen Seite, wenn ich dann im Stream und so bin und manche Leute fragen, naja, wie farmst du? Ja, ähm, aktuell mache ich die Haare auch ganz wenig oder sie machen halt alleine ihr Zeug oder sie farm halt gar nicht in der Gruppe, weil sie eben ja auch komischerweise keine Leute finden oder wenn, dann auch nur bis zu einem bestimmten Maß. Also, ich glaube einfach, dass schon die Spielerschaft natürlich auch fehlt. Klar, wenn alles voller wäre, dann bräuchtest du sowas nicht, aber jetzt hat man ja auch gesehen, also puh, Meisterball, die sind jetzt auch ins Blaue gegangen, sind nochmal zwei weg vom Gelben. Ähm, ja, ist halt, ich weiß, was du meinst, die Idee wäre schon bestimmt interessant, dass man sagt, okay, im Run seid ihr da alle mal zusammen. Ich glaube, das wird niemals kommen. Nein, 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 nein. Also, es wird nicht kommen. Wäre mal ein interessanter Gedankengang, aber, ja, ich kann es auch verstehen. Interessant, wenn mal gute Updates kommen, Kappa. Ja. Nee, sonst ist halt irgendwie, also, auch mit so Low-Level, ich hätte richtig Bock auf Low-Level, einfach mal so nebenbei ein bisschen Low-Level machen. Aber es ist halt so, es ist halt so langweilig und es ist halt zum einen langweilig und zum anderen... Es kommt halt nie was Neues dafür, ne? Ja, es kommt wieder was Neues. Es ist so, also ich habe keine Ahnung, es gibt da manche Leute, die spielen zehn Jahre Metin und die sind immer noch von Map 2 erstaunt. Ich kann es nicht mehr sehen. Also ich, also da bin ich immer noch dafür. Also auf Nostalgie hätte ich auch Bock mal einfach wieder so. Ja, weil ich weiß ja, wie lange ich die Nostalgie noch haben will. Also das Spiel lebt von Nostalgie. Das ist irgendwie so. Es sind immer mal Sachen dabei, wo du sagst, joa, ist vielleicht ganz cool von der Idee, ist ganz nett, aber zum Low Level, dass du mal sagst, okay, komm, wir machen mal hier, wie gesagt, die kleinen Bosse machen wir mal wieder ein bisschen lukrativer, machen vielleicht mal ein, zwei kleine Low Level Runs, die ein bisschen was abwerfen können. Ich glaube, man müsste nicht mal irgendwelche Runs entwerfen, einfach nur die Truhen überarbeiten, dass du auch sowas wie einer Oberoktor oder so, keine Ahnung, Switcher hier B bekommen kannst oder so. Ja, halt so einen Grün-Switcher einfach. Ja, reicht auch, aber auch so einen B-Switcher, womit du einfach D ist, das Waffen drehen könntest, wird ja auch reichen, aber Ja, also das ist dann, es gibt ja viele Sachen, die wären ja ganz cool. Also, ich meine jetzt auch dieser neue Run zum Beispiel, wie gesagt, der ist eigentlich ganz nice. Also, da alle Leute, da musst du ja dann am Anfang die ganzen Mobs immer killen, dann musst du diese Ringe dann kaputt machen, die ja so wie Methensteine sind, dann am Ende den Boss halt killen, hast du eine bestimmte Zeit, die Leute müssen zusammenarbeiten. Ich finde das cool, wenn du halt da mal wirklich sagst, okay, Leute, wir sind aufeinander angewiesen und nicht jeder macht die One-Man-Army. Das finde ich schon cool. Das hat mir auch tatsächlich Spaß gemacht. Gut, man kann sich jetzt darüber streiten, dass man wieder die alten Maps genommen hat. In dem Fall verstehe ich es, weil man ja auf die ganzen Elemente halt anspricht und sagt, okay, bei den Maps Eisland ist halt Eis und im Feuerland ist halt Feuerelement einfach und so weiter. Völlig in Ordnung, kann ich verstehen. Hätte ich vielleicht sogar auch so gemacht. Also, das ist wenigstens was, was ganz in Ordnung ist. Ich glaube, von den Belohnungen her ist es auch ziemlich solide. Muss man halt relativ oft dieses Zeug machen. Aber so für zwischendurch, der Run kostet ja nichts. Du brauchst ja keine Passierscheine oder so. Du kannst einfach mit rein. Also, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Was ich zum Beispiel noch ganz geil gefunden hätte, das haben wir doch auch im Stream gemacht, diesen ähm, wie heißt der? Zeitriss Rassador und es gibt doch diesen, was ist noch das andere Upgrade davon? Es gibt Rassador, Zeitriss und? Du weißt, was ich meine, ne? Erweckung? Erweckung, genau diese Erweckungsruns, wo du dieses Buch der Erweckung brauchst. Und das kriegst du ja, glaube ich, kriegst du das alles her. Ich glaube, du musst entweder diese Zeitrissruns alle machen dass du da irgendwie so ein Buch bekommst oder Itemshop oder ich glaube, von der Hydra. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Diese Bücher sind ja handelbar, oder? Das weiß ich nicht. Ich weiß es gerade nicht. Meistens, wenn ich die mal bekommen habe, irgendwie die hingelassen oder so. Ja. Also da zum Beispiel, wenn man die, diese Bücher vielleicht ein bisschen leichter bekommen könnte, hätte ich eigentlich mal voll Bock gehabt zu sagen, okay komm, ich mach mal ein Erweckungsrassador und so. Weil ich es auch mal ganz interessant finde. Ich meine, ich glaube, diese Runs sind ja für diese PvP-Waffen, die doch glaube ich auch bis plus 15 gehen. Ja, ich glaube schon, dass es die sind, dass die auf jeden Fall, wo du Loka die ganze Zeit gefarmt hat, damit er sich diese Waffe projizieren kann. Ja, ja, genau, genau. Also finde ich, würde ich auch mal ganz cool finden, dabei dieses Buch der Erweckung halte, Erweckung halte, kriegen halt auch immer ein bisschen so, na gut, muss halt relativ viel Hydra oder so dafür machen, dass du das Buch überhaupt bekommst oder im E-Term-Shop oder diese Runs halt machen. Ich weiß nicht, ob es hier auf dem Markt gibt, habe ich gerade gar keinen Bezug dazu, aber würde mich auch ein bisschen mehr reizen dann. Sonst. Ich weiß gerade nicht, also ja, ein bisschen blöd halt, ne? Aber was macht dir denn gerade sonst Spaß oder hast du sonst noch, also ich meine, wo ich mich frage, ist halt so Leute, ich sag mal, wie jetzt das bei Xixor oder so war, der hatte ja alles eigentlich, ne? Mhm. Oder Leute, die kurz davor sind, alles eigentlich zu haben, was aktuell möglich ist, so wie schaffen die das noch motiviert zu sein? Machen die sich einfach neue Chars und machen die auch noch auf, weiß ich nicht, machen sich dann nur neuen Char, und machen da auch noch mal X-Eiche rein, weil sie Langeweile haben oder was machen die? Ja, ich glaube, ich glaube, wenn du halt ganz schnell alles willst oder ganz schnell alles willst und dann das auch hast, dann vergeht dir halt wahrscheinlich auch einfach der Spielspaß, glaube ich. Also, ich meine, es ist ja geil, es ist ja auch okay, wenn die Leute sagen, ich will gleich irgendwie alles haben, aber man sieht ja jetzt anhand von Xixor das Beispiel jetzt, dass dann der halt einfach aufhört, weil er sagt, weil er, ich weiß jetzt nicht, was der Grund war, aber er wird es ja dann auch wahrscheinlich irgendwann gedacht haben, ich habe alles, Leute, ich packe alles, was will ich jetzt so ungefähr noch hier? Also, so wie ich das mitbekommen habe, hat er ja quasi gesagt, er hat quasi alles erreicht in Metin, was aktuell geht, er hat es quasi durchgespielt sozusagen. Ja, mein gut, gut, wenn du sagst, Schlagengerüstung plus 15, du hast die Waffe plus 15, du hast ein, du hast perfekter Alti da rumhängen, du schaffst deinen Alastor-Solo, du machst da, du machst den Höllenturm, die letzten Ebenen machst du auch noch weg, ja, du hast dann Young bis zum Kotzen halt, ist alles geil, aber irgendwann hast du einfach alles und dann sagst du halt, ja, was will ich halt jetzt hier noch, ne? Also, kann ich da auch verstehen, ich meine, du machst dann damals auch den Alastor, du machst den Solo, du grindest dich da komplett weg, und dann machst du halt am Tag, was weiß ich, 500 Won oder, oder keine Ahnung, du machst halt irgendwie oder 1000 Won in so einer kurzen Zeit und du kaufst einfach alles, was du brauchst und haufst dann eine Waffe hoch und blablabla. 24% Verzauberung, alles drauf. Ja, gut, dann kannst du irgendwann schon sagen, dann hast du irgendwie keine Lust mehr, aber gut, dann müssen wir es aber auch ganz klar sagen, das ist ja auch nicht der normale Durchschnittsspieler, ne? Ne, das, das stimmt, ja. Also, vielleicht, ich weiß nicht, was ist der normale Durchschnittsspieler, der ist dann so, vielleicht jetzt Champions Level A, vielleicht, boah, was ist der normale Durchschnittsspieler? Ich weiß nicht, ich hätte jetzt gesagt, zwischen 110 und, ähm, Champion Level 1, so der Durchschnittsspieler, also so, ich sag mal, er könnte gerade auf Johara gehen, aber fahren wahrscheinlich sowas wie Hydra und Melee und so, Ja, das glaube ich auch. Also, glaube ich jetzt mal, dass es so die, die Mitte sein wird. Weil man muss ja trotzdem, also, so Melee und Hydra macht ja eigentlich auch immer schon, was zwischendurch Spaß. Ja. Aber wenn du halt weißt, du für Johara brauchst, fünf Milliarden Sachen eigentlich. Ah. So wie bei, äh, Jindujun, ne, der jetzt, glaube ich, ein Mentor machen möchte und dafür irgendwie 3k Won braucht oder so. Ja, ja, das habe ich auch gelesen. Ja, also, ich mache es dann momentan so, ich mache mir meine Ziele, zum Beispiel habe ich jetzt, also, ich habe eine neue HT-Card, da muss ich noch 100 Won Schulden abzahlen, das geht noch weg, den Erlass auf 105 machen, da würde er auch sagen, du musst pro Level, also sagen wir mal, der Erlass auf 795 und du malst nur mit Item EXP, willst du den voll klatschen und du, du kaufst sie jetzt nur. Ja, das sind, glaube ich, 10 bis 15 Won pro Level, ne? Ich weiß jetzt nicht, was momentan die Waffen kosten. Also, ich habe jetzt meinen Razador auch ein bisschen gelevelt. Ja. Ich habe dann geguckt, da stand irgendwas von, ähm, ich glaube, 8, nee, war das 82 oder, ich glaube, 82 Millionen Item EXP oder so, es müssten irgendwie so 12, 13, 14, 15 Wonen sein, weil ich glaube, die haben irgendwie 9 bis 10 Kaka pro kostet, diese Plus 7er Waffen. Das kann schon hinkommen, weil ich habe damals auch umgerechnet, so ab 95 brauchst du um die, ich glaube, 180 bis 200 Waffen oder sowas plus, äh, 5 oder so. Ich weiß, ich weiß, ich habe es damals irgendwann ausgerechnet und ich habe dann schon pro Level beim Razador zwischen 12 und 18 Wonen immer gezahlt. Ja. Das ist, das ist schon knackig auf jeden Fall. Und, ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, scheiß drauf, man, Step by Step einfach, dann passt das schon. Ich, mein Ziel, oder was ist mein Ziel? Ich hatte jetzt auch schon, irgendwie, ich brauche, ich habe es das Gefühl, ich brauche irgendwas Neues und habe auch schon überlegt, einfach mein Vaso zum Maso zu machen. Hä? Und dann einfach mit Skills halt, Bosse fahren und so, aber ich weiß auch noch nicht. Bräuchte halt eine Schlangenwaffe, ne? Ja, das stimmt, das würde dann fehlen. Also ich brauche dann neuen Dia, dann halt magische AW, ne? In den Equip-Teilen halt, aber habe ich ja schon ein paar mit 50 magischer AW und dann halt Schlangenwaffe und den Dia, dann wird das wahrscheinlich auch funktionieren. Ich habe noch ein Fünfeck-Schild mit 50 magischen Angriffswert. Ja, perfekt. Was das brauchst du? Natürlich, ja. 100 Won. Nur für den Boni. Ja, das ist auch so eine Sache, die sagen, ich wurde dann auch gefragt, ja, wann kommen die Schlangenwaffe? Aber ich habe auch so da sitzen und mitdenken, boah, da wird das mal gar nichts mit einer Schlangenwaffe kommen. Also mein Sodiak-Schild reicht mir ja vollkommen aus. Ja, da wäre halt viel cool finden, wenn man das so macht, wie halt EX-Sixor und Schnüb und so, dass man halt zusammen der eine Farm, ne, hier auf, wie heißt das nochmal? Seenklamm, irgendwie diese Ambosse, die anderen Farmen nach die Diet und so und so und dass man sich dann halt zusammen immer die Waffen herstellt. aber irgendwie wird ja keiner gefühlt oder also, weißt du, die schauen dann irgendwie, oder habe ich so das Gefühl, dass die Leute eher alleine spielen wollen und Ja, das kann schon sein, dass die da alleine spielen wollen, da ihr Zeug machen möchten, das ist ja Oder man findet einfach die Leute nicht, die das gerne machen würden. Ja, wobei ich von der Idee auch noch nie was gehört habe. Also ich weiß, dass mal damals auch vorgeschlagen wurde, wir machen ganz viele Schlangen-Runs und mit den Kollegen, mit denen man farmt, dann stellt man nach und nach die Schlangen-Russis für die Leute immer dann her. Das habe ich auch mal mitbekommen. Würde ich auch cool finden. Wenn die Leute sich alle gegenseitig vertrauen, alles gut ist und die alle Zeit haben, dann kann man das machen, aber das musst du alles nur hinkriegen, ne? Ja, bei uns wird das ja funktionieren. Naja, also ich habe ja mit Mayfair, habe ich ja schon gesagt, geschrieben, jetzt habe ich aber auch das ganze Wochenende zum Beispiel auch nicht da, hat gemeint, Sonntag hat er Zeit, da bin ich dann halt zum Beispiel nicht da. Also es wären schon bestimmt Leute da, mit denen man das machen könnte, so definitiv. Man muss es halt nur finden und dann glaube ich, dann klappt das schon. Ja. Ich verlege jetzt gerade noch so. Ah ja, muss man halt einfach alles Schritt für Schritt einfach angehen, ne? Ich habe sonst auch einfach mal eine Frage, so deine Meinung, weil ich das irgendwie oder nie darauf wirklich geachtet habe, so. Viele reden ja immer so vom Sommerloch und so, ne? Ja. Und ich habe nie wirklich darauf geachtet, so, ist das wirklich so, dass im Sommer einfach so viel, also ich meine jetzt wirklich viel, weniger Leute spielen, dass deswegen der Markt immer so schwierig ist, weil aktuell, oder viele sagen im Sommer immer, ja, der Markt ist tot, die Preise droppen extrem. Wie ist so deine Erfahrung damit? Weil ich habe da irgendwie, seitdem ich wieder spiele, nie wirklich darauf geachtet und früher waren es halt so viele Spieler, da ist es gar nicht aufgefallen, also so vorher weiß ich, fünf, sechs, sieben, acht Jahren oder so. Da ist halt nie aufgefallen, dass irgendwie weniger Leute da sind. Aber vom jetzigen Marktstand würde ich von meinem Gefühl schon sagen, dass das irgendwie, ich sage mal, sein könnte oder vielleicht auch der Fall ist, weil, wie gerade schon gesagt, innerhalb von vier, fünf Wochen auf einmal alles, was ich gefarmt habe im 200er Stack ist zehn Wochen wichtiger wert und geht dann teilweise nicht mal aus dem Shop raus. Also gemerkt habe ich es jetzt, boah, also ich sage mal so, ich habe jetzt nie darauf geachtet. Ich lese es aber immer wieder im Forum. Also ich kann es mir schon gut vorstellen, also ich kriege auch von vielen Leuten dann mit, nee, ich habe momentan gar keinen Bock auf Metin, ich gehe momentan lieber in ein Schwimmbad, ich gehe halt lieber raus, schönen Sonnenschein und so weiter, mit den Kollegen was unternehmen, was ja auch völlig okay ist, aber ich habe, also ich glaube, ich glaube, dir fällt es zum Beispiel mehr auf, weil du halt viel mehr im Markt drin bist, ne. Ich zum Beispiel haue meine, haue irgendwelche Equipment-Teile rein, die ich nicht mehr brauche und lasse sie einfach drin liegen und wenn sie weggehen, gehen sie weg, wenn nicht dann nicht. Du farmst ja aber aktiv irgendwelche Up-Items, irgendwelche sonstigen Sachen und so weiter und bist ja auch in gewisser Weise darauf angewiesen, dass das gekauft wird und wenn dann halt natürlich weniger Leute dann da sind, weil sie irgendwas anderes machen und halt die schimmernden Muscheln und so weiter nicht brauchen, wird dementsprechend weniger gekauft. Also ich kann es mir schon vorstellen, dass es wieder im Sommer liegt. Ja, doch, kann schon gut sein. Das ist auch irgendwie vielleicht der Grund, warum viele sagen, dass quasi sozusagen gerade so eine Deflation ist, also dass das Young einfach mehr wert ist und deswegen gerade wieder sehr viele einfach mehr defarmen. Ich meine aber gut, auf der anderen Seite, wann ist Feles gestartet? April? Boah, war das nicht im März sogar? Weiß ich jetzt nicht genau. Kann man das nicht kurz einmal nachgucken? Ich guck mal kurz. Guck mal nach. Ich weiß nicht, wann Feles gestartet ist, aber ob das jetzt auch schon zu einer warmen Zeit war? Ah, okay. 14. April steht im Wiki zumindest. 14. April, okay. Da war, boah, weiß ich jetzt gerade nicht. Also vor knapp über zwei Monaten, ne? Weil da sind ja die Leute auch volle Kanne abgegangen, ne? Ja, da war richtig Action am Anfang. Ach gut, das war jetzt auch noch nicht so richtiger Sommer, ne? Ja, weiß ich jetzt nicht, aber es wurde halt auch volle Kanne hochgehypt, auch in Twitch und YouTube und alles Mögliche. Das stimmt. Da waren dann Streams mit teilweise drei oder vier Streamern, die einfach eine dreistellige Viewerzahl hatten, ne? Weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Da war ich ja nicht so aktiv. Ja. Ich finde halt irgendwie sowas wie so Low-Level, wenn das mal ein bisschen aufgeputscht wird. Klar muss man auch sagen, wenn man jetzt ein bisschen mehr Kollegen hätte, dann würde das wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Spaß machen. Also es sind Sachen, die können wir definitiv schon auch von uns aus irgendwie versuchen zu ändern. Und ich habe ja auch dann zum Beispiel irgendwelche Sachen, was ich ja vorhin gesagt habe, dann einfach angefangen, weil ich mir dachte, okay, wie ich jetzt nicht großartig farmen kann, dann mache ich jetzt bei der Shami die Handschuh-Quest, dann mache ich bei den anderen beiden Shars die Alastor-Quest und so weiter. Und ich meine, es ist nicht verkehrt, das zu haben. Also, das kann man schon wirklich mitnehmen. Das ist besser als brauchen, ne? Ja. Aber sonst, ja, es ist halt ein bisschen deprimierend, wenn du weißt, okay, ich bin schon, eigentlich bin ich schon voll weit, aber auf der anderen Seite bin ich anscheinend doch nicht so weit, weil ich ja nicht mal auf einer Schlangen-Map irgendwie als Körperkrieger gescheit farmen kann. Das ist irgendwie schon deprimiert. Wenn ich einen Drachengott-Dev drin habe, alles easy. Weil es wird easy funktionieren, aber ich kann mir nicht ständig einen DGV kaufen. Ne, nur um da dann eine halbe Stunde zu farmen, jedes Mal DGV ist schon. Ja. Also für irgendwelche Runs, so, wenn man da DGV reinhaut, ist, glaube ich, was anderes, als wenn du einfach nur auf einer Map farmen willst, so. Ja, ja. Ne, sonst, und wie gesagt, ich habe halt auch keine Lust, weil du auch vorhin gesagt hast, du willst mal auf Tiger Ghost anfangen. Ähm, was ich verstehen kann, also Tiger Ghost ist schon, ist auch eigentlich ganz cool, weil, weil dann halt, wenn du mit dem Code drauf kommst, ich glaube, das war zu der Zeit halt nochmal ganz geil, wo die ganzen Botter da waren. Da ist ja fast keiner auf den Sack gegangen. Ich meine, jetzt sind die Botter ja auch weniger geworden. Ach, das wollte ich gerade ansprechen, fällt mir gerade auf, weil ich ja in den letzten Tagen, ähm, Chars gelevelt habe. Mhm. Im SD3. Holy shit, SD2, ne? Viele Botter? Alter, also, also ich bin da einmal durchgelaufen, leider, ähm, hat's, äh, mein Auchenabran nicht aufgenommen, als ich da durchgelaufen bin, aber, also, SD2 wirklich komplett. Echt? Also, ja, da ist da alles, der ganze Boden, wirklich in jedem Raum, komplett alles voll. Ach so, okay, krass. Und dann siehst du immer diese Level 40er, 50er Linias, die da hin und her laufen, und auf einmal, bumm, alles fällt so neben dir um, alles komplett am laggen, und ja. Ich bin da letztens auch durchgelaufen, hab ich aber tatsächlich nichts gesehen, da war schon, da war auch schon das OK-Karten-Event. Okay, also bei mir war es jetzt die letzten drei Tage, wo ich halt immer Chars reingelaufen bin, Uriel-Buff geholt, reingelaufen, und, also, ich glaub, vorgestern war am schlimmsten, aber wirklich komplett voll, und jetzt, letzte Nacht, als ich zum Beispiel Chars geholt hab, da waren dann halt immer so zwei, drei Botter nur drin. Okay, aber, SD3 war aber nix. SD3 hab ich keinen gesehen, ne, aber SD2 war, ähm, voll. Voll, okay. also, zumindest als ich da immer reingelaufen bin. Ja, ich glaub, das ist vielleicht das coole an Tiger Ghost, da wirst du halt fast, du wirst halt fast keinen Botter finden, Klar, es kann immer sein, dass sich da einer einschleust und so, mit den Codes, aber ich glaub, sonst schwierig. Wir haben halt auch vorhin gesagt, dass mal wieder dann Tiger Ghost anfangen kannst, mach das für dich, wenn du Bock drauf hast, aber ich für meinen Teil zum Beispiel sag mir, ich hatte auch keine Lust, immer wieder irgendwas von vorne anzufangen. Letztens hab ich dann auch überlegt, ähm, boah, ich kann ja noch mal ein, äh, 21er Vasu mit VZKP oder sowas machen, wo ich dann auch da bin und mir denke, boah, nee, warum denn? Ich hab noch so viele Baustellen und, äh, aktiv, möchte ich eh nix da tun, mit dem kleinen Jar, weil ich das auch so langweilig finde und dann denke ich so, nee, dann mach ich doch meine Sachen auf Johara einfach weiter oder halt in die Richtung und dann klappt das schon. Ja, das ist jetzt halt ein bisschen, müssen wir mal gucken, was für eine Richtung das jetzt noch so geht. Ähm, ich bin sogar mal gespannt, was noch so für Updates kommen. Ähm, sonst, ja, hast du noch irgendwas? Ich überlege jetzt gerade, aber ich hab jetzt eigentlich nix mehr. Nö, ich wollte dich eigentlich nur noch mal so fragen, ob du meins, ähm, weiß ich nicht, ob man vielleicht echt irgendwie da was machen kann, also, dass, zum Beispiel für uns beide jetzt, dass wir vielleicht mehr Spaß oder mehr, ähm, Lust oder Engagement für das Spiel haben. Ich weiß nicht, wenn ich zum Beispiel ein Scale bekommen würde oder so, ob das was bringen würde. Ja, heißt ja, wenn du ein Scale bekommst, dann, dann würde ich mich da, würde ich mir, auch schon Mühe geben, dass ich sage, okay, wir machen jetzt was zusammen, ne? Also, wenn du jetzt wirklich dafür exhalts, äh, für mich ins Scale wechselst, da würd ich auch sagen, äh, dann machen wir definitiv was zusammen. Also, dann, ja, also, wie gesagt, haben wir auch schon mal, glaube ich, äh, angesprochen, dass, ähm, nicht jeden Tag 30 Runs sein, ne? So ungefähr. Ich mein, da, du gehst arbeiten, dann ins Gym und so, aber, ich weiß nicht, was geht schon. halt, wenn man sagt, in der Woche halt, so zwei, dreimal vielleicht oder so, wenn man halt dann Bock hat, wenn auch ein, paar Leute dabei wären, dass man sagt, okay, jetzt gönnen wir uns mal ein bisschen Schlangenrun oder so, oder halt einfach, dass es mal ein bisschen Spaß macht. in der Woche irgendwie seine, über eine Woche oder so, vielleicht seine zehn Runs oder so, dahin bekommt. Ja, ja. Dann kann man sich ja an zwei, drei Tagen dann jeweils immer so drei, vier Runs und fertig. Ja, ich werde da, also, werde jetzt nicht abgeneigt, ob ich jetzt so diese Frequenz, ob ich jetzt diese Menge hinbekomme, kann ich dir jetzt nicht versprechen, aber ich, ja, auf jeden Fall bereit zu sagen, dass man da schon mal gerne mehr machen kann. Also, da, wie gesagt, als wir das damals gemacht haben, es hat ja auch wirklich Spaß gemacht. Ja, haben wir gesagt, wollen wir noch einen machen? Und ich so, ja, klar, gerne. Also, es macht ja dann auch Spaß, weißt du? Ja. Wenn das so, wenn der Kollege dann nebenbei so ein bisschen quatscht und dann alles so machst und dann auch mal ein bisschen denken muss, das ist cool. Aber ich habe halt auch keine Lust dann, wie die ganzen anderen, oder wie viele andere Leute dann Autojagd hinstellen, so, fahr mir mal eine 20 One und dann bin ich glücklich. Dann denke ich mir so, dann brauche ich halt eben ja auch nicht spielen. Das kannst du vielleicht so, weiß ich nicht, wie Charlie auch damals gesagt hat, so dieses, alles so autonom wird, das ist so, boah, so langweilig. Alles über irgendwelche, ich sag mal, Ingame-Bots, sei es ein Aufheberpad, sei es Autojagd. Ja. Bald gibt es wahrscheinlich noch irgendwas, dass der für dich automatisch den Run läuft, so ungefähr, dodge die Skills und was weiß ich. Wer weiß, wie die Söldner noch werden. Ja, das stimmt, true. Ne, also, wie gesagt, hätte gar kein Problem damit. Also, wäre ich dabei. Okay, ihr habt es gehört, Andi macht 20 Runs mit mir jeden Tag. Na ja, 20, ey. Ja, ich habe ja nicht mal mehr Kostüme, ich habe ja gar nicht, ich habe keinen Pushring, ich habe keine Kostüme, ich habe nichts. Nein, mein Pushring ist gestern auch ausgelaufen. Ich habe einfach 15, 16 Tage einfach verschwendet, indem ich nichts getan habe. Ja, Junge, jetzt wirst du mir überlegen, wie ich damals meine Nasa mit 60 Tagen einfach nicht einmal benutzt habe. Ja, stimmt, das hast du in einem Video gesagt, ne? Ja, boah. Ja, passiert. Ja, na gut, sonst können ja auch mal die Leute, die sich das hier anhören, mal ihre Meinung drunter schreiben oder wie motiviert ihr gerade selbst seid. wir heulen jetzt viel rum, aber das gehört auch mal dazu. Wie Sadokin schon gesagt hat, schreibt mal in die Kommentare, wie es bei euch ist. Ich finde, bei Metin ist es immer so, es gibt so eine Phase, da hast du irgendwie so Bock und dann gibt es immer so eine Flaute in Metin. Dann ist es immer so, oh ja, irgendwie bist du, nee, irgendwie jetzt nicht, irgendwie keine Lust mehr. Aber auch was, was vielleicht Charlie auch gesagt hat, ich meine, sonst schreibt vielleicht auch mal in die Kommentare irgendwie über was für positive Themen man auch mal reden kann, weil meistens ist halt, sind die Themen, die wir haben, ich sag mal negativ, also, ne, also, ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, also, jetzt nicht, dass wir über die schönen Seiten reden, sondern das, was uns vielleicht gerade stört an dem Spiel oder was, warum wir vielleicht unmotiviert sind oder sonstiges. Ich finde, ich wusste, der Beunser, als wir das geschrieben haben, musste ich irgendwie so lachen, weil wir uns alle irgendwie so dachten, es gibt doch nichts Gutes in Metin. Wo ist denn so ein Screenshot von unserem Chat reinstecken? Hm. Kein Fakt was Positives ein. Ne, ich hab ja dann auch reingeschrieben, ne, es gibt ja schon ein paar coole Sachen, wie zum Beispiel diese täglichen Geschenke, finde ich geil, wobei man da jetzt auch wieder sagen muss, da, das wird auch von Jahr zu Jahr schlechter. Das ist zu überleidig, wie ich da wieder so sage, aber es gab dann, also, das ist das erste Mal, also, das, was toll ist, ist auch wieder scheiße. Also, es gibt einfach nicht Tolles an dem Spiel, das Spiel lebt einfach nur von Nostalgie, Reste, Scheiße, haut rein. Das ist vielleicht schlimm, wenn du dich mal richtig hinterfragst, was für einen Spaß habe ich an dem Spiel, dann wirst du irgendwie, finde ich, kurz sprachlos, weil du manchmal dann so da sitzt und dir denkst, hm, boah. Ich weiß nicht, ist das nicht immer was Geiles, zum Beispiel, ich weiß, ich glaube, bei dir war das auch so, als du ein Exorubit hattest, also immer, wenn man quasi ein Ziel erreicht hat, dann macht einem das Spiel wieder sehr viel Spaß und man freut sich drüber, dass man das geschafft hat und so. Ja. Aber, aber an dem Spiel per se, jetzt weiß ich nicht, was da, worüber man da reden könnte, was wirklich toll ist im Vergleich zu anderen Spielen. Vielleicht stimmt das wirklich, dass du, also deine Aussage gerade, das Spiel lebt einfach von Nostalgie und von dem Grind und, ja. Ja, einen Kollegen habe ich mal drüber geschrieben, der hat dann auch gesagt, für ihn ist es halt auch noch so eine gewisse, Plattform, wo auch mit den Leuten einfach mal viel schreibt. Was ich verstehe, weil ich habe auch, wenn ich manchmal online war, auch mit irgendwelchen Leuten halt mal so ein bisschen geschrieben, halt über irgendwas halt, so bla, irgendwie Serien oder irgendwas. Das gibt es ja auch. Wo dann die Leute einfach da so ihre, ähm, sozialen Kontakte so gesehen knüpfen. Klingt erstmal komisch, aber das gibt es halt auch. Das, ja. Ähm, und, ja, wie gesagt, es gibt schon manche coole Sachen, also, wie gesagt, mit den Geschenken, ich finde die cool, ich finde es schön, dass man sowas einführt. Auf der anderen Seite denke ich so, die, es ist cool, aber irgendwie schaffen sie es halt trotzdem, es wieder zu verhunzen, weil das, was du manchmal rausbekommst, halt so ein Müll ist. Weißt du, ich brauche, ich brauche halt, weiß ich nicht, ob das jetzt so geil ist, dass du sagst, okay, in dem täglichen Geschenk ist eine Medaille des Glücks für drei Stunden drin. Ja, okay. Oder ein Ring der Hydra. Ja, oder hier so ein Push-Ring für eine Stunde oder so. Ja, der nicht mal, der, ja, eine Stunde bis, weiß ich nicht, zwölf Stunden kann da gehen oder so, ich weiß es nicht genau. Aber ich sage, mach es doch einfach einheitlich so. Aber es sind da manche Sachen, wo du denkst so, naja, das hätte man es auch irgendwie cooler machen können. So, ja. Ja, das ist halt immer ein bisschen schade. Was, genau, was ich noch gesagt habe, ist, man da, das muss man denen wirklich zugute halten, die haben ja damals M2 Bob hochgenommen. Also, die haben da nicht nur, ähm, klar, man hätte, man kann immer noch sagen, ja, bla, macht ein besseres Heckschild, bla, 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 Aber sie haben einfach dieses ganze Konstrukt erst mal hochgenommen und den, ich weiß nicht, ob sie diesen Typen da jetzt erwischt haben, keine Ahnung. Aber das ist ja schon mal was. Klar, kann man jetzt auch drüber streiten, dass es wieder andere Botter-Seiten gibt und so weiter und, äh, was da am Forum auch gepostet wird, so M2 Bob ist zurück und so weiter. Ja, aber, Fakt ist, die haben da trotzdem jemanden ganz schön Hops genommen und, das heißt ja trotzdem irgendwo, dass sie das Problem ja gesehen haben, in gewisser Weise, also, ne, kann, also, musst du auch erst mal hinkriegen zu sagen, ey, wir nehmen den Typen jetzt einfach mal Hops mit seiner, mit seinem, ähm, mit seiner Seite da, ne. Ja, aber ich glaube, die, also, würde mich wundern, wenn sie viele Probleme nicht wahrnehmen. Ich denke schon, dass sie sehr viele Probleme wahrnehmen, nur, dass sich das für die einfach nicht lohnt, die zu fixen oder so, aus entweder Kostengründen oder Servergründen oder was auch immer. Mhm. Ich meine, sonst wären sie ja, teilweise muss man ja echt sagen, sonst wären sie ja blind, wenn sie die Probleme nicht, die es in dem Spiel gibt, nicht sehen würden, oder sehe ich das jetzt falsch? Nee, 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 ich glaube, naja, ich glaube, das Problem ist halt, die, vielleicht sehen sie es bestimmt, aber das wissen wir ja nicht, weil die auch fast, weil die ja so wenig dazu sagen, wenn es dann heißt, Botter, ja, ja, wir haben das im Blick, das kommt ja vom Community Manager, wir haben das mit dem Botter in den Blick und so weiter, ja, der schreibt das halt immer wieder und, ja, gut, dann muss man das vielleicht auch mal, diese, diese Pille einfach schlucken und sagen, dann müssen wir uns einfach gedulden, auf der anderen Seite geht das schon seit Jahren so. Manchmal bräuchte vielleicht aus Sicht von der Gameforge ein bisschen mehr Infos an die Community, also so ein bisschen mehr, dass sie zum Beispiel, so, wenn, wenn es irgendwelche Bugs gibt, also irgendwelche, gibt es bestimmt viele, so wie zum Beispiel das mit diesem, immer um 0 Uhr bleibt gefühlt alles stehen, du wirst aus Once gekickt und sonstigen, dass sie vielleicht einfach mal sagen, ja, dieses Problem ist uns bekannt, aber keine Ahnung, entweder wir sind nicht in der Lage, das zu fixen oder es lohnt sich nicht oder, was weiß ich, also, dass man wenigstens ein paar Infos bekommt, und dass sie es wahrgenommen haben oder dass sie irgendwas versuchen, aber das bis jetzt nicht geklappt hat oder was weiß ich. man kann ja bestimmt so einen Katalog erstellen, dass du sagst, okay, Leute, was, also, man sammelt alles, was so vielleicht mal in drei, vier Monaten geschrieben wurde, dann zeigt man so, Leute, pass auf, wir haben mal im Forum uns mal die Mühe gemacht, immer das mal so aufzuschnappen, was vielleicht gefixt werden sollte, da ist die Liste, das versuchen wir jetzt alles abzuarbeiten und wir schauen, dass wir das möglichst zeitnah schaffen oder halt auch realistisch, manche Sachen, die werden einfach dauern und nicht einen, und das würde ich halt cool finden und nicht die andere Variante zu sagen, Leute, es gibt ein dickes Update, magischer Angriffswert ist hier, und, hier gab es vorher noch nicht, war ein Fehler, also, Leute, freut euch, ich habe auszusehen, zwei Jahre zu früh raus, Kaffee, freut euch, Leute, ihr könnt ihn endlich benutzen, jahrelang war dieser Boni so ein Schrott, ihr habt Geld wegverschwendet, für nix, aber jetzt habt ihr endlich die Chance, holt die Geldbeutel raus und lasst es krachen, so, so, also, wer weiß, wenn ich mich so hinstelle, alles andere als Community-freundlich, ich kriege mir die ein, ich habe mich eingepisst, ey, okay, das war echt richtig cool, Andi ist, hat noch einen Zweizob, ey, der ist doch hier Promoter, was, das musst du ja, das musst du ja mal überlegen, anstatt du sagst, du, pass auf, wir haben es nur echt nach drei Jahren, so peinlich, wie wir sind, haben wir es geschafft, nur nach zwei Jahren das Ding zu fixen, nee, dann wird doch ein richtig dickes Upgrade gemacht, so, ey, da, 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 boah, da fehlen dir die Worte bei sowas, da fehlen dir einfach die Worte, das ist, da, 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 als Spieler auch verarscht von dem Moment, so, verleg mal, der Typ, der sagt, ey, ich hab mir jetzt zum Beispiel, mein ganzes Equipment auf magischen Angriffswert gedreht, nur dann, nur um zu erfahren, dass nichts, dass nichts bringt, so ein Typ, der hat da vielleicht, weiß ich nicht, 1000 Euro reingesteckt, sagen wir jetzt mal einfach, 1000 Euro reingesteckt, und er steht dann da und es funktioniert nicht. Ja, dann stell dir mal vor, als er gemerkt hat, das funktioniert nicht, hat er jetzt vor ein paar Monaten noch mal 1000 Euro in Jad genommen, alles zu normalen AW gedreht, und jetzt auf einmal kommt, jetzt kommt das Update und mal geschah, wie funktioniert wieder. dann hockt dann der Typ da und denkt sich, wollen die mich alle verarschen jetzt? Also, 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 das heißt, ah, wow, ihr habt mal die Scheiße gefixt, er liest dann, freut euch auf, ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie das da drin stand. Leute, dickes Update, mal, MAW funktioniert wieder, der hockt dann da und denkt sich, Alter, ja, seid doch alle bekloppt, seid doch alle, ich möchte das nochmal kurz raussuchen. So. So, wo sind denn die Updates? Okay, ich muss bei Max Royale mal draufklicken und mal gucken. Ja, also, wenn die da mal so einen Katalog erstellen, sagen, jo Leute, das sind so die Punkte, klar, dann wird es auch wieder Leute geben, die werden dann halt sagen, öh, warum nehmt ihr nicht das und das und das mit rein, so, ja, du willst auch nicht jeden Recht machen können. Oder dass man halt sagt, jo Leute, da machen die vom Koma selber einen Thread auf und dann heißt es, schreibt mal bitte rein, was würdet ihr wirklich alles gerne ändern? Ich meine, gut, das gibt es natürlich schon von den Spielern selber, so Ideenvorschläge und so weiter, das kann man besser machen. Natürlich weiß ich jetzt nicht, wie viel davon übernommen wird, aber das wird auch mal, das wird auch mal spürt, okay, die wollen auch wirklich der Community zuhören. Das ist immer so schwierig. Schwierig? Schwierig, ja. Hast du es gefunden? Nee. Ja, das ist, ja, warte mal ganz kurz, was haben wir hier, Metin, ja, Metin 2, das will ich jetzt noch kurz raussuchen. Das willst du noch kurz raussuchen, oder? Ja. Forum, Max Royale, Test-Server habe ich auch gesehen, kommt da was, da habe ich mich jetzt aber noch gar nicht richtig damit beschäftigt. Ja, das habe ich auch gesehen, der ist aber nur für einen Tag draußen, ne? Mhm, ja, aber wir können ja mal im nächsten Podcast, oder in einem folgenden Podcast mal, ähm, darüber reden, dann das Fazit, können wir uns ja mal kurz anschauen, dann beide, und dann. Ja, ja. Juni 22, warte mal, ich glaube, die weiteren Aktivitäten. Ach, guck mal, ich habe jetzt hier, das habe ich den Test-Server gefunden. Ah, by the way, was ich noch gut finde, ähm, dass die Metin 2 von Steam runtergenommen haben, was eine riesengroße Plattform wie Botter war. Das, das finde ich auch gut gemacht. Ähm, bla, Loot-Filter, brandneuer Dungeon und weitere frische Inhalte, da haben wir es doch. Na, dann lese mal vor. Wann ist das Change-Log-Update? Ne, warte mal, ne, ne, das war, ne, das war nicht genau das, weil hier ist nur das, ähm, das Ding dazu. Ach, warte, ich weiß sonst, wo wir das finden können. Weißt du, wo wir das finden? Ja, bei uns im Chat, ich scroll gerade hoch. Ne, ich habe es gefunden, ich habe es gefunden. Ja, ich auch. Warte, warte, ähm, ich muss gucken. Unten, unten ist das, ganz unten. Also magischer Weg. Hierauf hast du bereits eine Weile gewartet und jetzt funktioniert der sechste, guck mal, und jetzt funktioniert der sechste, siebte Bonus, der deinen magischen Angriffsbonus erhöht, genauso wie er soll. Guck mal, das klingt, das ist doch so peinlich, wenn du, guck mal, wie die das schon rein, die schreiben das ganz normal rein, aber das hat so eine krasse Wirkung, wenn du weißt, dass sie, dass sie gerade nur mir vermitteln wollen, wir haben was gefixt. So. Der Bonus wird dir nun auch in den Details seiner Charakterübersicht angezeigt. Der Bonus skaliert mit dem magischen Angriff, zum Beispiel bei Waffen. Je höher der Basis Magieangriff, desto mehr Wirkung hat der zusätzliche Magieangriff der sechsten, siebten Bonis. Schön, dass man das nach zwei Jahren nochmal erklärt, finde ich gut. Ja. Finde auch gut, dass hier steht, ähm, bei Fehlerbehebung, der sechste, siebte Bonus, der magische Angriffsbonus erhöhen soll, funktioniert nun auch auf korrekte Weise. Ja, danke dafür. Ich hätte gelacht, wenn er wieder nicht funktioniert hätte, sage ich dir ganz ehrlich. Boah, das wäre richtig nice. Stell dir mal vor, das hat immer noch nicht geklappt, alle drehen die E-Ko. Stell dir vor, der Typ, der 1.000 Euro reingehaut hat, dachte sich, boah, jetzt funktioniert es, jetzt hau ich wieder 1.000 Euro rein, dreht das, und dann geht es wieder nicht. Der springt so aus dem Fenster dann. Alles klar, okay, das hast du gesagt. Und dann will er das ausprobieren, boah, ich mache jetzt bestimmt barbarösen Damage, wie er verborgen ja das sagen würde. Und dann macht er Damage und das ist beschissener als davor einfach. Weil er seinen ganzen AW weggedreht hat. Wenn der Bonus so funktioniert hätte, dass er noch weniger Schaden macht, dass der zieht noch was ab. Ja, wir mussten das fixen, der war viel zu stark. Ja, so ein Patch später direkt. Alle drehen sich für 1.000 Euro magisch, haben wir rein, dann wird er mit genervt. Oh Gott. Ja gut, jetzt bin ich wieder am schwitzen, perfekt. Ja, das wäre, das ist der Hammer. Na ja, jetzt haben sie es gemacht, aber, das ist so ein Armutszeugnis. Weil ich immer hier, ach, nee, Quatsch, das wird, nee, es war viel interessanter, oben das in der ersten Zeile zu lesen. Im aktuellen Update erwarten dich aufregende Herausforderungen auf den Karten von Sungmahis Invasion. Außerdem kannst du dich auf den Titangürtel, einen Lootfilter und den magischen Angriffswert freuen. Boah, was komplett Neues. Krass, ey. Was? Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Was ist denn das? Das ist aber nicht das, was seit zwei Jahren nicht funktioniert hat und wir alle unbeviel Geld reingecashed haben. Das ist was Neues. Das ist vollkommen Neues. Das ist der magische, das ist magischer Angriffswert Premium 2.0. Das ist... Leute, wir haben uns was ganz Neues überlegt. Das geht seit zwei Jahren nicht. Aber jetzt gibt es auch den Premium magischen Angriffswert und ES. Ihr habt euch jetzt bestimmt alle dran gewöhnt, dass es nicht geht. Deswegen wollen wir gar nicht so viel daran rütteln, sondern wir machen was komplett Neues. Den magischen Angriffswert plus im Itemshop zu kaufen 1000 DR pro Gegenstand. Ach so. Keine Ahnung. Irgendwann. Erstmal am Schellenbaum rütteln. Naja. Naja. Ich hoffe... Da können wir gerne ein paar Leute jetzt in die Kommentare schreiben, was wir vom magischen Angriffswert halten. Ob der jetzt... Ob der jetzt wirklich hilft? Habt ihr da wirklich viel gedreht? Und so weiter. Ob der hilft. Ob der hilft. Hilft. Ob der hilft. Der Lootfilter hat auch so ein Ding. Den gibt es ja am Rad drin. Dann gab es eine Itemshop-Auktion irgendwie für sieben, drei und ein Tag oder so. Ich hoffe immer so, dass ihn keiner kauft. Ja, auch wenn ich hier schon gucke, hier entdecke den öffentlichen Test-Server. Sichere dir bei unseren Server-Event-Preisen wie ein Loot-Pad, den Loot-Pass und den persönlichen Premium-Laden. Mega. Mega. Also die letzten 10 Minuten waren echt nur Front, oder? Also das... Ich frag mich schon, wie heißt das neue Rad eigentlich? Heißt das Rad des Loots? Ähm, ich kann kurz gucken. Ich bin ja am Auto jagen. Ne, das... Also das aktuelle, meinst du, es heißt Rad ist okay. Also das Rad ist auch nur okay. Also wahrscheinlich weniger als okay. Rad ist okay. Hättest du auch einfach sagen können, es gibt das okay Rad. Rad ist okay. Wie kreativlos, ne? Ja, das Rad ist okay. Oh Gott. Was gibt's denn da zu gewinnen? Gibt's da okay Boxen, oder was? Das Beste ist... Ich meine, jetzt muss ich nochmal gucken. Das Beste war, glaube ich, eigentlich dieses 7-Tage-Pad. Ich hab da eventuell auch mal kurz gedreht, weil ich dachte, ich möchte eins. Aber hab dann gemerkt, okay, das wird gar nichts. Deswegen hab ich's auch schnell wieder sein lassen. Ach was. Dann gibt's den Loot-Pass für 7 Tage, natürlich, ne? Den muss man unbedingt haben, klar. Ja, den wollten wir unbedingt haben. Und dann gibt's den Leute, Lolli der Magie für 15 Tage, Lolli der Magie für 7 Tage, Lolli der Stärke sogar für 15 Tage, Lolli der Stärke für 7 Tage. Und das sind alles Hauptgewinne, ne? Drachenraum-Eintritt ist Hauptgewinnen, Segnung ist Hauptgewinnen, ne Feuerwohnen ist Hauptgewinnen, ein persönlicher Premium-Laden ist Hauptgewinnen, Flamme ist Drachen, ist Hauptgewinnen. Ja, und der Lufas und das... Na ja, na ja, na ja, na ja. Nö, ich glaub's, das hab ich nichts mehr gesagt. Okay, hast du noch irgendwas? Nö, ich fand die letzten 10 Minuten sehr amüsant. Das war sehr lustig und sehr fondreif. Das war sehr emotional. Ja, aus deiner Sicht schon, ja. Ich hab mich sehr bepisst, muss ich sagen. Oh, ja. Da kommt der Octavius Rex aus mir raus. Ja, also ich nenn mich übrigens um, ne? Also bevor die Folge online kommt, ich nenne meine Gilde... Der Name ist vergeben, glaub ich. Echt? Ich nenn meine Gilde Bikini Bottom und meinen Char nenn ich Octavius Rex. Bikini Bottom? Das ist ja ein geiler Gildenname. Ja, so nenn ich die. Ey, hör auf, du glaubst mir den nicht. Hä, den gibt's safe schon. Echt? Meinst du, ich glaub nicht. Ich teste das gleich. Bikini Bottom? Das wär ja super witzig, mit dem Abfalleimer einfach als Thumbnail oder so. Oder die krosse Krabbe oder so. Ja, ja, ja. Oder die Ananas. Oder die Ananas. Oder einfach den Stein. Meine Char ist auch rum. Meine Charme nenne ich dann Perla. Du weißt Spongebob? Mein Char heißt Octavius Rex, der andere heißt Plankton und so, ne? Du nennst dich dann Patrick, weil das passt auch zu dir, deswegen sei gut. Weil ich da los bin, ja, ja. Und Donoka ist Spongebob. Nee. Wir könnten... Wen gibt's noch so? Nee, ich bin der, ich bin der Larry. Der Larry. Der muskulöse, der muskulöse Hummer. Du bist echt ein richtiger Larry, ey. Ein richtiger Larry, Alter. Wir brauchen eigentlich, wir brauchen noch einen Thaddeus. Meinst du, Donoka wird auch den Thaddeus übernehmen? Thaddeus? Nee, ich glaub, Thaddeus... Oh, wer ist denn? Wer könnte denn Thaddeus sein? Hm. Weiß nicht. Wollt ich so einen richtig grießgrämigen. Grießgrämigen? Fossi. Thaddeus? Ein Fossi. Weiß ich nicht. Ich verleg gerade. War schwierig gerade die Leute damals mit da. Diese Schubler. Wer wäre Plankton? Boah. Plankton wäre... Irgend so ein Abzieher halt. Ja. Irgend so ein random Abzieher. Die sind einfach alle Plank... Jeder Abzieher ist Plankton. Naja. Naja. Ja, ich hab nichts mehr zu sagen. Du? Ich muss noch den Charlie übernehmen, weil er nicht da ist. Checkt unsere Twitch-Kanäle ab. Ja, was soll ich noch sagen? Mein Video kommt nächste Woche on. Echt? Ja, was soll ich sonst noch sagen? Hast du es jetzt geschafft, mit deinem Zeug da klar zu kommen? Ähm, ich hab der nette, ähm, ohne jetzt hier irgendwie Werbung zu machen, der nette Beelze hat mir da sehr viel geholfen. Ah, geil. Ja, ist doch schön. Ja, und deswegen hat jetzt alles funktioniert und dann wollte ich nächste Woche das erste Video veröffentlichen. Ja, mega. Würde mich freuen. Ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, beenden wir mal das Ding hier. Ähm, danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr momentan zum Meeting 2 eingestellt seid. Natürlich hören wir jetzt nicht auf. Oh Gott, ich will nichts beschreiben. Chill auf Holz. Aber ist das nicht... Chill auf Holz, klopfen. Chill auf Holz, klopfen. Jeder Metin-Spieler, der das Spiel wirklich, ähm, viel zockt, also hat doch jeder schon mal mindestens einmal aufgehört oder eine lange Pause gemacht, ne? Ja, glaube ich auch. Also nicht so eine An-die-Vier-Wochen-Pause, sondern so eine lange Pause. Wow. Ist meine Pause nichts wert? Nee. Nee, das war nicht ein Monat, das waren knapp drei Monate. Echt? Ja, ich hab zwar Videos gemacht, aber ich war nicht aktiv. Ich hab nix gemacht. Also gar nix, gar nix. Also ich hab vielleicht dann auch in letzter Zeit, ich hab dann auch zum Ende hin noch vielleicht ein bisschen so meine, ähm, ähm, die Gilden gespendet, aber das hat immer mehr abgenommen. Das waren am Anfang die vier Gilden mit den Chors, dann waren's, dann waren's nur noch die Teilnahmen, dann waren's nur noch zwei Gilden. Das hat alles volle Karte dann abgenommen. Und dann hab ich immer komplett gar nix mehr gemacht. Ja, ja, ja. Ja, Leute, schaut in die Kommentare, wie ihr momentan so zum Metin steht, wie da bei euch so die Gefühlslage ist. Und, ja, ich würd sagen, danke an Salukin, dass du da warst. Dankeschön, danke fürs Zuhören. Ja, haut rein, meine Freunde, wir sehen uns und ciao, ciao. Tschüss.